Servus, ich begrüße euch heute zu einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich heute einfach mal von Granini die Limo probieren. Die sind jetzt relativ neu. Bei uns gibt es den dreivolkischen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich denke, das wird auch erstmal so bleiben. Wir haben jetzt hier Limette Zitrone, Orange Limonengras und hier haben wir Pink Crabfruit und Cranberry. Ihr seht, die Katze ist dabei, also kann nicht schief gehen. Ich würde sagen, fangen wir an. Wie gesagt, ich probiere das, sage, wie es mir schmeckt und dann schauen wir mal. Ich fange mal mit dem Limette Zitrone an. So sieht es aus. Machen wir auf. Ja, also es ist auf jeden Fall wie eine Limo gemacht und riecht nach Zitrone. Und ja, probieren wir mal. Ja, kann man machen. Schmeckt sehr nach Limette und Zitrone. Schön, wenn es kalt ist, würde ich sagen. Ja, durstlöschend. Schmeckt gut. Kann man machen. Herbstsüß, würde ich sagen. Ein bisschen erfrischend. Schön. Kann man. Würde ich mal wieder kaufen. So, dann machen wir mal Orange und Limonengras. Das wäre dann dieses. Okay, riecht jetzt halbzig erstmal nur noch Orange. Schmeckt wie eine normale Limo. Also wie Fanta, sage ich jetzt mal, wie eine orange Limonade. Hat aber ein kleines bisschen im Abgang. Dieses Limonengras kann man schon mit, ja, rausschmecken. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen. Ist okay, aber nie meins. So, und jetzt zum Schluss Pink Crab Food und Cranberry. Muss ich sagen, erhoffe ich mir am meisten von. Warum? Ich mag Cranberry und Pink Crab Food ist eigentlich auch immer ganz lecker. Riecht nach gar nichts. Okay, schauen wir mal. Okay, schmeckt sehr nach Crab Food. Das Cranberry schmecke ich jetzt nicht wirklich raus, aber ist gut. Also das schmeckt mir echt gut. Also ich würde sagen, wenn es draußen mal wieder 40 Grad sind und die ganzen Sachen schön gekühlt sind, dann kann man das echt als Alternative zu Wasser ganz ehrlich auch mal machen. Ich finde es gut. Mein Favorit wäre jetzt definitiv das Pink Crab Food und Cranberry. Als zweites das Limette und Zitrone. Und als letztes das Orange und Limon Gras. Granini, ich würde sagen, macht gerne mehr Produkte davon. Finde ich lecker. Kann man machen. Und mit 89 Cent jetzt bei Kaufland. Muss auch nicht so teuer. Natürlich kommt Fanta zu, aber das ist ja heutzutage überall. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, was man noch so probieren kann. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.